Wir haben erst mal niemanden im Umkreis, ne? Wir gehen ja auch nach KK, KK. Irgendein Falscher hat mich geblockt, ey. Habe eine AK zu vertauschen, zu vergeben. Tauschen aber. Gegen was? Ja, gegen irgendein anderes Sturmgewehr. Ich will nicht mit der AK spielen, Alter. Ist sie auch scheiße, ey. Ist sie auch. Ist mit einem viel zu großen Recoil. Aber ansonsten halt, ja. Die schießt doch scheiße, Mann, ey. Wenn die mal ein paar 100 Schuss durchgeballert hat, ist doch alles verzogen bei dem Scheiß-Ding. Ja, aber warum kommst du auch nicht an? Hauptsache, du hast 30 Dinger in der Reihe und sie schießen irgendwo hin. Ja, ist doch gay. Ne, das ist Russisch. Sehr gay. Sehr gay. Wir sind auf einer Wellenlänge. Hier ist noch ein Zweier-Rucksack. Dann lasst uns weiter Richtung Westen. Ich brauche eine Ruga. Dann könnten wir nämlich über die gelben Häuser, hinten den Turm, Richtung Indien laufen. Im Süden sind auch noch welche. Das ist mal dein Ding, wo ein Ruga ist. Ja, ich dachte, in Indien oder am Turm. Mit dich. Ne, ich wette die ist im Süden. Nein, nein, nein. Kriege ich die dann? Im Süden sind die Italiener, die bauen doch nur scheiß was. Naja, mit Barretta ist jetzt keine schlechte Pistole. Ja, aber schlechte Schrotflinden. Benelli? Benelli. Ah, die machen eigentlich ziemlich gute Schrotflinden, oder nicht? Benelli, ja, Barretta nicht. Aber ist doch auch italienisch. Also gut, Barretta auch, aber dann kannst du nur die Modelle verwenden, die halt... Ja. Aber macht Barretta nicht auch Scharfschützengewehre? Barretta macht alles. Auch Trecker, ne? Aber auf dem Grund machen das andere Frage. Die bauen doch auch Trecker, klar. Barretta nicht. Ne, ja, Barretta. Kennst du nicht? Ja, mein Neu. Aber so macht er auch dann auch der Motor. Brett, Brett. Brett, Brett, Brett. Brett, 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 Brett. Was ist Lamborghini? Die... ...Pingsport, aber... Die Story von Lamborghini war ja geil damals. Wurde er... Der hat Trecker gebaut und dann hat doch Enzo Ferrari zu denen gesagt, ihr könntet niemals im Leben einen vernünftigen Sportwagen bauen. Und deshalb hat Lamborghini dann angefangen, Sportwagen zu bauen. Ja. Weil ein zu Ferrari gesagt hat, ihr werdet nie in der Lage, Sportwagen zu bauen. Okay, Daniel, es war zwar jetzt ein bisschen frech, aber okay, dann gehe ich nach oben und du unten, ja? Wieso frech? Weiß ich nicht, weil es mein Haus war. Du hast dich vorgedrängt. Interessant. Weiß ich nicht, was der da macht. Er fährt nur durch die Gegend. Ja, ihr hattet beide ein Haus und ich hatte gar kein Haus. Da dachte ich mir nicht. Hä, wir sind zwei Häuser und wir sind in ein gleiches gelaufen. Ja. Ja, das kann ich ja nicht wissen, dass ihr so... Ja, so ein Team seid. Wir dachten... Ne? Ne? Ja. Ne? Ja. Hier liegt noch eine Uzi. Uzi, 9mm. Ne, wirklich, ich hab schon über 200 Schuss, weil ich schon zwei Uzi oder so gefunden habe. Ich hab keinen Bock mehr auf eine Uzi. Obwohl ich eine habe noch. Sonst schnappen wir uns das Motorrad und fahren zu innen nach innen. Okay, dann machen wir es so. Schön, ne? Richtig wunderbar. Ja, siehst du, jetzt hat es nicht geklappt mit dem Einsteigen. Weil er gefa... Au! Ich muss hier. Entschuldigung. Hast du Bandagen? Ja. Boah, ich kann die nicht aufnehmen. Unsere Gelegenheit. Deine Gelegenheit nur! Er trinkt erstmal Gewüsslinge in der Tür. Bist du Chinese? Jetzt bringen wir uns alle um. Meinst du, um die Sprache von Massetext zu machen, haben sie einfach Chinesisch genommen und immer nur so Säden benutzt? Ja. So klingt doch Chinesisch auch irgendwie, oder? Ja, wie in der Ente halt, ne? Ja, sag ich ja. Guten Tag. Sind wir hier nicht in Indien? Ja. Seitdem du kennst die Map? Nicht. Doch, aber... Ja doch, klar. Aber ich denke da immer nicht so drüber nach, weil es mir nicht ganz so wichtig ist, wo ich die Leute töte. Hauptsache ich kann sie töten. Nee, aber das ist doch wichtig, dass man weiß, wie die Map so aussieht. Weißt du? Ja, ich habe halt die Häuser gesehen und dachte, hey, hier sieht es aus wie Indien. Ich weiß zum Beispiel genau, von wo ich froh nach wie komme und wo ich hinfahre und das ist ja auch richtig, Map-A-Wares oder so, ne? Oh Geis, ich habe... Oh Geis! Oh Geil, ich habe eine M16 gefunden. Oh Geis, kann man aber auch sagen. Ich habe auch eine M16 gefunden gerade. Oh Geis! Und eine AK als zweiter, aber die werde ich eh nicht benutzen. Da werdet ihr wahrscheinlich kloppen. Ihr legt eine 416. Wie? Ja. Heckler & Koch 416. Hier liegt noch eine 2 Weste und eine VSS. Ich werde mir die VSS aber vernecken. Geil. Ne, werde ich nicht. Klingt. So, mit B. Tschüss. Siehst du gar nicht, wie ich mich immer so drehe? So auch sehe ich. Das ist gut für den Rücken. Oh, hallo. Habt ihr den Move gesehen? Ja. Der war sick, oder? Der war super sick. Ich sehe auch schon, wie du uns umbringst. Das wird sick. Wenn du es mal richtig sick sehen, pass mal auf. Ich will mal ein paar Gegner sehen. Oh, sick Junge. Junge, wo ist dein Lasten? Zack, fällt da ein Stein hin auf einmal. Ach ja. Ich dachte, du kennst die Map. Kenn die Map. Ja, also. Hey, da fährt ein Auto. Da fährt ein Auto. Gebt ihm alles. Ich bringe ihn dran. Daniel wird dich erschießen, oder ich? Aber ich habe eine UMP mit 300 Schuss geblattet. Wo war das Auto jetzt? Ich habe es nicht gesehen. Warum stehe ich auf dem Motor? Wie gut hast du dich versuchelt? Ich wollte dich flippen, Mann. Vielleicht ist das Auto ja noch da. Vielleicht hast du auf uns gewartet. Ja. Bestimmt. Ich kann von hinterher gar nicht schießen. Du brauchst eine MP dafür. Ich habe eine UMP mit 300 Schuss geblattet. Auto? Herr Autofahrer? Danke. Hier vielleicht nicht hoch. Oh, hier hatten wir ein Gefecht noch. Die Runde ist wieder kackt. So wird es weiter geworden. Polizei! Dem bleiben. Ihr seid Spastis. Hier liegen Schrotflinten rum. Illegaler Waffenbesitz. Mann, den Datscher hätte ich gern zerlegt. Oh, hier ist noch eine Scar. Ich habe noch mal ein bisschen 5, 5, 6. Oh, hier ist ein SGS. Piece of Candy. Hat jemand noch einen Vogel? Ja, gerade gefunden. Du brauchst du den? Nee, ja doch, ich brauche den selber. Sorry, Bro. It's alright. It's alright. Hier ist noch eine M16. Braucht ihr noch Schuss? Ich bring mal was mit zur Note. Sag Bescheid. Nee, ich kann nicht mehr so viel tragen. Ich brauche noch Schuss. Ich brauche mal was. Ich lasse mal hier ein bisschen AK liegen. Ich bringe nicht Schuss mit. Oh, hier liegt noch eine M16. Ah, jetzt habe ich es mitgenommen hier. Hier brauchst du? Ja, das passt schon. Drop it. Jetzt. Komm schon, bitte. Ja. Der ist nicht weit weg. Lass mal hin. Nehme ich so ein Motorrad mit. Das Gute ist, ich habe... Irgendwie so einen coolen Sucher habt ihr nicht, ne? Achtfach nur. Ja, nehm ich. Ne, den habe ich ja vom Bill bekommen. Geschenkt ist geschenkt. Wiederholen ist gestohlen. Da steht ein Jeep. Genau neben dem Haus. Warte, ich habe einen Subacht für dich. Hier. Dann kannst du auch was anrichten. Hier, ich habe einen Vierfach für dich. Oh. Ja. Muss aber nur noch fragen. Da steht ein Jeep vor zwei Häusern. Und der Drop ist genau da gelandet fast. Einer hier am Trecker muss mir Deckung geben, Brüder. Ja, ja. Ich habe einen Achtfach und Dings. Starpet, Humen. Guck mal, da vorne bei den zwei Häusern. Da steht ein Jeep neben. Haben die den Drop nicht gesehen? Haben die einen Fake Drop gerufen? Explodiere ich gleich? Ich habe eine UMP mit 330 Schuss. Egal was drin ist, ich nehme es. Ein M24 mit achtfach. Was? Nice. Oh, scheiße. Warte mal, ich muss mal die UMP nehmen. Den Foregrip abbauen. Und jetzt... Ja, damit ich... Ja. Damit ich den Foregrip habe. Ich brauche ein bisschen Munition von euch gleich. Ja, kannst du haben. AK-Munition. Die habe ich nämlich bewusst... Ja, kannst du haben. Oh, da seid ihr. Warte, ich hole dich ab. Du bist Franzi, wir haben in den Häusern hinten. Hi. Ja. Das mit dem Krankenhausdach gefällt mir null. Äh, da läuft einer aufs Krankenhausdach. Äh, oben rein ist er gerade. Von uns aus das Gebäude, was wir sehen. Rechts an der Treppe ist er oben ins oberste Stockwerk. Der hat hier eine ziemlich gute Sicht dann auf uns. Ja, hier nicht, aber ich komme noch nicht hinweg. Äh... Ja, und was Bilder macht, ist geil. Was denn? Ja, hier. Hier bin ich. Schießt auf mich. Oho. Ist ja nicht so, dass überall noch Gegner sein könnten sonst. Beifach werfe ich jetzt weg, ja. Weil ich habe keinen Platz mehr. Äh, nee, nimm mal bitte mit. Da ist noch einer oben. Ja, dein Job, oder? Oh nein, ich Idiot. Hab die falsche Waffe. Ich habe nur bis 8.8 geguckt und dachte, ich hätte das Sniper. Ähm, im Westen an dem Dorf ist er da gerade runtergehüpft. Da, wo du meintest, Bill. Der läuft hoch. Der läuft rechts das Berg hoch. Rechts das Berg. Das Berg. Zwei Leute laufen da jetzt. Lass mal Schiff, die schießen. Scheißegal, ob ich da gehen würde oder nicht. Wo denn? Da! Ja. Ha 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 ha. Dein Zickzacklaufbrick. Scheiß, Bruder! Junge, den haben wir so gut angehört, ey. Okay, der ist durch. Junge, wie er weggenflogen ist da hoch am Berg, ey. Habt ihr das gesehen? Ne. Kantenhausdach. Rechtes Dach oben. Ja. Ich hatte den hingerichtet, ne? Ja, war richtig. War vollkommen richtig. War vollkommen richtig. Junge, wieder mit der Mini, Alter. Klang, klang, klang. Ja. Scheiße, dass ich die zwei die falsche Waffe hatte bei dem einen, ey. Aber ich hab den ersten schon wieder nicht gekriegt. Ich hab ihn viermal angehört, ja? Ah. Das wolltest du unbedingt. Hier. Und da hier liegt... Hier liegt einer. Ja, vor allem hier neben liegt noch einer. Hast du... Jetzt hab ich keine SKS mehr. Ja, scheiß drauf. Das Ding ist, die Ruger geht auch voll klar mit dem 8-Fall, Alter. Na klar geht die voll klar. Aber ich hatte mit dem 4-Fach irgendwie ein besseres Gefühl. Ja, der ist da oben am Fenster übrigens, der eine Dude. Ich guck mal, dass ich da ein M24... Linkse Seite am Fenster. Headshot vielleicht setzen kann. Ja, ich seh ihn da. Zweites Fenster von links. Ober Etage. Der eine ist uns jetzt entkommen, ne? Ja. Scheiße, der war super low. Der war richtig low. Ich hab auch einfach nochmal in den Bäumen reingetackert. Ich hör wohl ein Motorrad hinter uns. Am Drop, am Drop, am Drop. Einer. Tot. Wo ist denn der Drop? Ah! Da waren aber noch mehr da oben am Berg irgendwo. Krankenhausdach, oben, zweites Dach. Auf dem Berg sind auch zwei, da kommen zwei runter. Osten. Drei. Komm den Berg runter. Mal gucken, wo ist der Osten? Oh ja, da hinten. Ja, 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 ja. Gut. Ich guck nach hinten, ihr könnt ja der Hospital weiter gucken. Ja, Krankenhausdach, zweites Dach, war noch einer. Denk mal, die werden jetzt auch auf die freie Fläche zukommen. Äh, erstes Dach, zwei Leute, Bill. Ja, soll ich mittackern? Einer hat einen Grozer. Ich versuche erstmal einen Safe-Shot zu setzen, wenn einer stehen bleibt von denen. Sollte einer stehen bleiben. Wenn der linke, der linke steht, glaube ich gerade. Ich seh den, ja, warte. Oh, ich hab nur knapp den Helm gesehen, ich weiß nicht, wo der Schuss hinging. Ich glaube, der recht ist unter den beiden der solchen Dingern. Hm. Der eine läuft. Schade. Der andere hat sich hingelegt. Den einen habe ich getroffen. Die im Osten kämpfen auch. Ja, ich seh auch einen am Baum. Ne, doch nicht. Doch, du hast den, glaube ich, am Baum gesehen, der wurde gerade gekillt. Achso, das könnte sein. Der fährt ein Jeep aus Süden. Ja, da wurde auch geschossen gerade. Hat angehalten. Wo? Laufen. Haben sich hingelegt. Wo? Äh, Süden, genau. Einer ist ausgenockt. Ah, da. Der eine, der eine croucht da, ne? Ja, zwei. Zwei crouchen da. Drei. Ich tacker mit. Einer ist angehittet noch. Ist down. Ausgenockt. Einer ist im Olo. Guckt hier noch. Alle tot. Alle drei tot. Alle tot. Der vom Hospital. Hallo. Ja, ja. Kommt runter. Weil mir wird reingeschossen, glaube ich. Waffe wechseln. Jemand anders. Die vom Krankenhausdach schießen, oder? Oh, ich werde beschossen. Aber ich glaube von hinten, oder? Nee, Krankenhausdach, glaube ich. Ja, Krankenhausdach, aus den Fenstern raus schießen die. Geben mir sogar gar nicht so schlecht, ey. Weil immer noch, glaube ich, zweites Fenster oben links. Ja, ich gucke gleich mal. Ja, die sind da oben in den Häuser. Die müssen aber eigentlich nicht mehr in der Zone sein, oder? Doch, sind da drin. Wow, wow, wow. Ich krieg direkt, wenn ich vorkomme. Die droppt genau über uns, Alter. Nein, der droppt sogar über uns. Guck mal auf den, guck mal auf den, guck mal auf den Kreis. Ja, aber der droppt über uns, ne? Der hat genau über uns gedroppt, hier, der, der Drop. Kommt der aus dem Haus? Warte. Ich weiß nicht, von wo ich noch beschossen werde, Freunde. Auf und da ist da einer. Osten, von Osten und von da. Schießen die auch auf mich? Das hat zumindest überhaupt jemand geschossen da. Ja, da sehe ich auch zwei laufen, am Rande des Berges. Aber das ist... Wir haben ja voll die geile Position eigentlich, ne? Der Drop fällt fast auf meinen Kopf, übrigens, ne? Der Container in unserem Haus. Zweite Entage laufen runter. Ja, wir laufen jetzt in der zweiten Entage. Okay, ich habe einmal kurz vorgeguckt. Ich wurde nicht beschossen. Wir müssen in alle Richtungen gucken, dass wir hier nicht irgendwo irgendwo gepuscht werden. Die Türen sind ja zu unten, ne? Oh, wie schön das glitzert hier. Da, die laufen runter. Hoss bitte, die laufen auf uns zu. Drei Leute. Achtung, die schießen jetzt. Ich muss schießen. Ja, ist alles gut. Einer hat sich hingelegt. Ausgenockt. Einer ist ausgenockt. Die sind jetzt beide in dem Baum. Einer noch ausgenockt. Und alle tot. Ja, ich habe den Krieg gekügt. Was ist mit dem Drop? Ist der schon unten? Ja, der ist hier auf der Straße, genau neben uns. Ich versuche hinzukommen. Ja. Ist der Gegner am Berg. im Osten. Gehen weiter nach rechts. Auto kommt angefahren auf der Straße, Bill. Hat einen ausgenockt. Von Osten wird geschossen. Einer war noch hier im Auto. Ich sehe das Auto, ne? Ist tot. Der im Auto ist tot. Halt den. Ich werde von Osten beschossen. Ja. Ich sehe den. Haben wir die alle gekillt, erst einmal? Ja. Oh, ausgenockt. Der im Baum wollte. Da ist aber noch irgendwo einer. Ja, da oben. Weiter. Oh, auch gehittet. 100 da hinten, ne? Oh, noch. Aua. Er hat noch einen Rob untergegangen. Daniel wurde ausgenockt. Warte. Oh, gerade. Ich komme rum, ich komme rum, ich komme rum. Die Schüsse kamen von woanders. Ja, ich... Die schießen doch in dem Krankenhaus irgendwo, ne? Ne. Hört auf. Doch. Doch, da vom Berg kommt einer runter. Ich bin leicht tot. Ich bin leicht tot. Komm, warte her, komm, warte her. Schnell, 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 schnell. Okay. Ja, reicht nicht mehr, oder? Hä? Das hält an. Ach, das hält an. Ja, stimmt. Wir sind ja in der Zone. Ober am Berg kommt einer runter. Ja, ja, ja. Einen habe ich angehittet hinterm Stein. Der läuft jetzt weiter. Geh mal weg jetzt, Daniel. Geh mal wieder in Deckung. Wo ist der hin? Ah, der ist hinter so einer Kante. Da ist so ein Burschen. Genau hinter dem Burschen. Der ist tot. Ich habe da ganz hinten noch irgendwo welche ausgenockt. Alter, ich habe gut geschossen, ey. Einer war... Ich glaube, ich weiß nicht, was mittlerweile alles gestorben ist. Ich habe noch ein paar Kills bekommen. Noch elf. Alter, wir sind noch safe. Das ist die Position. Ich muss ruhiger werden wieder. Ey. Es macht so Spaß. Die Häuser am besten sind auch noch offen. Da laufen zwei aus dem Häuser am besten. Westen? Ja, da laufen die weg. Zwei Dudes. Ja, auf dem Feld sehe ich einen. Hat sich hingelegt. Tot, einer. Aber Schüsse kommen auch noch aus 2-1-0. Schüsse aus 2-1-0. Südwesten? Ich weiß nicht, von wo da noch die Schüsse kommen. Da muss noch der Letzte übrig sein, ey. Ich habe den. Der ist direkt gestorben. Okay. Noch drei Leute. Ey, das ist so lächerlich, was wir hier für eine krasse Position haben. Wieso sind die da überhaupt abgehauen? Die hatten da... Die waren safe. Wir müssen auf Ost aufpassen. Tappt jemand her. Ah, du bist das Bild, ne? Ich dachte, hier hinter mir wäre einer. Auf Osten? Ich sehe noch einen Gegner. Südwesten, 2-1-0. Krabbelt. Oh nein, wir verhauen. Er läuft. Am Trecker jetzt. Hat sich hingelegt. Warum treffe ich den denn nicht? Ausgenockt. Gute Arbeit. Wieso treffe ich den nicht? Ich lade nach. Lass den verrecken, die Zone macht den. Konzentrier dich lieber den, als zu finden. Da rechts daneben liegt noch einer im Baum. Der Crouch da. Oh ja, den sehe ich nicht. Ist tot. Gute Arbeit. Äh, zwei noch. Wir sind nicht mehr safe. Wo könnten die Dudes sein? Achtet mal auf die Felder. Guckt mal, ob irgendwo wegcroucht. Weil wir haben ja die höhere Position eigentlich. Mhm. Oder sind die noch hinter uns irgendwo hier unten? Nee, ich habe die ganze Zeit geguckt. Ey, wieso habe ich den am Trecker nicht getroffen? Das hat mich verwirrt. Aber egal. Habe ich irgendwie noch... Nee, ich habe die sind immer noch 100. Vielleicht sind die schon in der Zone, Boys. Ja, aber das ist doch eigenartig. Wo sollen die da? Vielleicht beim Drop hinten. Vielleicht stehen die die ganze Zeit unten im Haus schon. Gegenüber auf der Straße. Da ist doch auch noch so ein Wall oder nicht. Wo man runtergehen kann. Kann das sein, dass da noch welche sind? Keine Ahnung. Wollen wir move'n? Ja, wohin ist die Frage. Wir müssen halt irgendwie so gehen, dass es safe ist. Noch mal da rechts an der Zone auf den Berg drauf. Ich sag doch, die sind unter uns. Genau unter uns. Ich sag's auch noch aus Spaß. Genau unter uns. Einer kommt jetzt rechts rum. Einer kommt jetzt unten rein. Der andere ist noch links. Ich weiß nicht, ob der auch unten angeht. Einer ist unten rechts unten. Der kommt jetzt hier, hier. Meine Seite. Daniel, meine Seite. Der andere ist auch da. Schieß von oben, Will. Schieß von oben. Du kannst ihn machen, Will. Jawohl. Und ihr meckert gegen die AK. Und ich sag auch noch, wenn die sind die ganze Zeit unter uns. Aber wie geil. Das war geil von denen. Der letzte ist so, glaube ich, noch. Ne, warte. Das waren zwei noch da unten. Und wir haben ja alle beide haben doch gesagt. Ich hab sieben Spieler einfach geholt. Also ehrlich. Ich hab zehn. Und der Drücker. Ich hab zwei. Aber die letzten zwei. Aber die wichtigen zwei. Ich hab sogar überlebt. Ich komm mir das immer angucken. Hey, die haben sich bestimmt noch nicht gefeiert bis eben. Ja. Bis zum nächsten Mal.